Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Mining Newsflash. Heute mit Gold Mining, Carora Ressources und Uranium Energy hier auf Rohstoff TV. Gold Mining ersetzt die auf seinem brasilianischen Projekt Cachoeira bestehende Netto-Produktions-Royalty in Höhe von 1,33% durch eine 0,5%ige Net-Smelter-Royalty mit Rückkaufoption. Seit dem Erwerb des Projekts Cachoeira im Jahr 2012 hat Gold Mining verschiedene Initiativen abgeschlossen, einschließlich technischer und umweltbezogener Studien und der Aushandlung attraktiver Royalty-Strukturen, um das Projekt auf die zukünftige Entwicklung vorzubereiten. Auch diese neue Transaktion steigert den Wert des Projekts erheblich. Zweiter Quartalsrekord in Folge erreicht Carora Ressources in seiner Goldproduktion. Im dritten Quartal konnten 30.365 Unzen Gold produziert werden, was eine Verbesserung von 534 Unzen im Vergleich zum vorherigen Rekord des letzten Quartals darstellt. Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen fast 85.000 Unzen Gold produziert, sodass man die konsolidierte Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2021 von 105.000 bis 115.000 Unzen erreichen wird. Produziert wurde in Q3 zu AISC von 967 US-Dollar pro verkaufter Unze, was einen Rückgang um 7% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Für die ersten drei Quartale betrug die AISC 1.002 US-Dollar pro verkaufter Unze und entsprachen damit der für das Gesamtjahr 2021 prognostizierten Spanne von 985 bis 1085 US-Dollar pro Unze. Auch finanziell liefert man eine sehr solide Leistung ab. Das bereinigte EBITDA belief sich in Q3 2021 auf 28,5 Millionen Dollar und lag damit um 3,9 Millionen US-Dollar über dem Wert vom Vorjahr. Der operative Cashflow betrug 27,9 Millionen US-Dollar und bedeutet eine Verbesserung um 27% gegenüber Q3 2020. Auch die Cash-Position konnte gesteigert werden. Sie beträgt zum 30. September 2021 nun 86,7 Millionen US-Dollar, nachdem der Kapitaleinsatz zur Vorbereitung der neuen Abbaugebiete bei Higginsville erhöht, die Explorationsprogramme beschleunigt und 10,8 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von Warrants im Laufe des Quartals eingenommen wurden. Neben diesem guten Zahlenwerk konnte Carora noch eine weitere Errungenschaft vermelden. Der Goldproduzent wurde zu einem der weltweit ersten klimaneutralen Goldproduzenten für Scope 1 und 2-Emissionen nach dem Kauf und der Stilllegung von 80.000 Tonnen verifizierter Emissionsausgleichsgutschriften gekürt. Damit ist man auf dem besten Weg zu einer langfristigen Strategie zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Spektakulär geht es auch gleich weiter. Denn mit der Übernahme von Uranium One Americas schafft Uranium Energy das größte Uran-Bergbauunternehmen Amerikas. Der Gesamtkaufpreis beträgt 112 Millionen US-Dollar zuzüglich Reklamationsgarantien und wird vollständig aus der bestehenden Bilanz von UEC finanziert. Der Kaufpreis entspricht nur 12% des Unternehmenswertes von Uranium Energy, doch durch die Übernahme verdoppelt man die Gesamtzahl der genehmigten ISR-Projekte in den USA, die gesamten Ressourcen und die komplette Verarbeitungsinfrastruktur. Somit erwartet UEC erhebliche Einsparungen bei den Investitionskosten und tiefgreifende Betriebssynergien mit dem genehmigten und nahegelegenen ISR-Projekt Reno Creek. Der Uranpreis schnellt nach oben und Uranium Energy ist perfekt aufgestellt. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificates sein oder werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen.